Vergessen Sie einen alten, schweren und sperrigen Schlauch. Copper Bullet stellt alle Schläuche in den Schatten. FlexiWonder Copper Bullet ist jetzt mit echtem Kopfer veredelt, um Keime zu reduzieren. Drehen Sie den Hahn auf und sehen Sie zu, wie Ihr Schlauch wächst und wächst, bis er die volle Größe erreicht hat. Und wenn Sie wieder abdrehen, zieht er sich von selbst wieder auf die Ursprungsgröße zusammen. Unser neuer Innenschlauch besteht aus drei Lagen superfestem Latex, die mit einem Polymerfilamentmantel umwickelt werden. Die gleiche Technologie wie bei Schläuchen gegen Waldbrände, weil sie so leicht und robust sind. Er ist dreimal stärker als herkömmliche Schläuche. Es ist nahezu unmöglich, dass er reißt oder sich verheddert. Und der neu gestaltete Anschlussschutz verhindert jedes Auslaufen. Aber das Beste ist der integrierte Sprühkopf, der sich kinderleicht auf- und abdrehen lässt. Perfekt für die Reinigung von Autos oder Wohnmobilen. Und natürlich können Sie auch Ihren eigenen Sprühkopf verwenden. Copper Bullet ist in 7,5, 15, 22,5 und 30 Metern erhältlich. Und ist so kompakt, er passt sogar in Ihre Tasche. Mit mehr als 100 Patenten weltweit ist er der beste flexible Schlauch aller Zeiten.